100 Jahre Frauenwahlrecht sind für mich der Beginn der Demokratie in Deutschland. Das bedeutet auch für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern einen großen Schub nach vorne. Ein Grund zur Dankbarkeit, Dankbarkeit gegenüber den Frauen, die dieses Recht für uns erstritten haben. In seiner Gründungszeit das Fundament für eine starke soziale Demokratie. 100 Jahre Frauenwahlrecht sind für mich ein offenbar zu kurzer Zeitraum für die Frauen, um sich das zu erobern, was ihnen zusteht, die Hälfte von allem. Und ich freue mich, dass ich jetzt das Wahlrecht genießen kann.